Wir haben eh mit der Insta360X vor, haben wir coole Videos gemacht und filmen geschossen und unter Wasser und uns haben wir gefilmt. Ja, wir sind schon wieder müde, weil wir da reden. Und dann fahren wir natürlich auch shoppen und da haben wir sich gekauft eine Patte, die Carolina Reaper, 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 Reaper. Reaper, 2,2 Millionen Scoville, die schärfste Pfeffaroni dieser Welt. Und du hast es nicht geglaubt, ne? Ich habe es nicht geglaubt, aber dadurch, dass das ja der zweite Durchgang schon ist. Was? Ja, nein, nicht was. Jetzt drückt er sich aber ganz schön. Das werde ich schon einblenden dann. Mach dir keine Sorgen, wie es mir gegangen ist mit der... Ja, ja, nein, 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 ja, bist du komplett verrückt. Na, ich werde das nicht mehr essen. Na, sicher. Na, wirklich nicht. Du wolltest das unbedingt für deine Community herzeigen. Ja, ich werde das auch einblenden, ne? Du bist nichts zum Einblenden. Was heißt das? Kann man diese KI-Künste, kannst du lassen. Na, was für KI-Künste? Ja, ja, du hast auf YouTuber-Video geskattet und dein Gesicht rausgekippt. Ja, nein, genau, ja, genau. Du warst diejenige, die hat gesagt, das reicht schon. Ich habe gleich ein bisschen Spitzel. Nix, du rauf da. Schau her, das ist für dich. Ist das so viel? Ich nehme es eh selber, ich brauche dich da nicht dazu. Aha, jetzt werden wir wieder männlich, ja? Na, bitte. Na, bitte nimm du den ersten Bissen. Na, hey, ich habe schon. Ich blende das ein. Was heißt, stimmt nicht? Du hast da anders Leiberlauch gehabt, selbst. Nein, 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 das ist das Gleiche. Du hast anders das geschaut. Nur ich habe keine Sonnenbrillen auf gehabt, weil ich ins Weinen begonnen habe. Na, dann bitte. Man sieht das sogar, wie ich ins Weinen begonnen habe. Und deswegen hast du jetzt nur Sonnenbrillen auf? Ja. Einen kleinen Bissen kannst du schon nehmen, einen Nippel. Mein Leid ist dein Freude, ha? Ja. Na, nimm nicht so viel wieder. Also, passt ja nicht. Ich muss so viel nehmen, du musst auch so viel. Nein, du musst, du musst, ich muss gar nichts. Und du musst auch nicht. Nein, also, also kann ich das eh einblenden. Nein, nicht so viel. Also, so ist ja nur ein bisschen mehr Glanz für die Community. Du wolltest ja unbedingt das kaufen. Lass mich das doch einblenden dann. Nimm es bitte einen kleinen Nippel davon. Das ist ja unfassbar, was ich mitmache. So viel nimmst du auch? Nein. Ich schwör das. Ich zeig dir, wie viel ich nehme. Okay. Gib her. Ich geb's dir da. Nein, klar. Ja, nein, mach die. Nein, okay. Das ist für dich. Nein, für dich. Jetzt fängst du an. Nein, du fängst an. Nein, das ist nicht fair. Nein, dann machen wir es kaum. Na gut, ich fange an. Hm? Ja, du bist ja irgendwo aufgerannt. Wie soll ich denn das nehmen? Na spinnst du? Das ist ja viel zu viel. Das verrecke ich jetzt da. Ich habe das schon im ersten Durchgang genommen. Stimmt. Ja, nein, ich werde nicht. Das kriegst du. Wir haben auch eine Milch. Ja, du kannst die Tasse schon anfüllen. Heilige Kuh. Heilige Kuh, wir sind halt in Indien. Die sind halt grün, aber wir wollen deine Augen sehen. 2,2 Millionen Joule. Und das brennt so in der Goschen, dass ich schon jetzt nicht mehr gescheit reden kann. Willst du mich verarschen, sag einmal? Ja, Mann, so urviel. Was hast du urviel? Ihr habt einen vielen kleinen Mund, wie du. Gib mir das Brot. Na bist du. Na bist du. Hey, komm. Ein bisschen Männlichkeit kannst du beweisen. Wow. Ja, das ist lecker. Welche Männlichkeit? Ich bin ja Frau. Gib das her. Gib mir das Heferl. Ja, bitte. Bitte gib es mir. Boah. Oleg. Fuck. Ich kann euch nur sagen, ihr habt es gesehen, ich habe wirklich nicht viel genommen, weil ich habe Schiss davor. Aber, ja. Ja, genüßlich das Brot essen, ne? Genüßlich. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Ich ist nie scharf. Das hast du im ersten Durchgang auch gesagt. Mir brennt die ganze Lippen oben. Es ist schlimmer wie... Na, du schaust auch extrem gestresst aus. Boah. Oh, lecker. Leute, probiert das nicht aus. Ich sage es euch. Gib her, bist du nicht alleine. Hey, mir rinnt alles runter. Im Großen und Ganzen. Italien war heftig, geil. Boah. Wir wollen da wieder hin, auf jeden Fall. Grado ist grandios. Liebe Grüße gehen raus an die Italienerin Grado. Bist du behindert. Auf jeden Fall diese Hot Chili. Also, ich kann was sagen dazu. Wenn du den nimmst, brauchst du keine Lippenaufspritzen mehr. No joke. Aber ich schwitze auch schon ein bisschen. Nein, das schaut extrem gestresst aus. Leute, probiert das nicht aus. Ich schauspiel das auch gut. Ich schauspiel das auch gut, ja? Bitte. Nimm die Menge, was ich genommen habe. Nimm sie. Nein, wie oft noch. Ich muss mich nicht messen mit dir. Ich habe das schon genommen. Mir brennt selber mein ganzer Mund. Ich muss weg. Ich muss mein spart gehen. Ich halte das nicht aus. Tschüss, dein Vater. Tschüss, Leute. Baba. Also, liebe Leute, wie ihr seht, dies ist kein Spaß. Und ich habe nur so viel genommen. Nicht einmal so viel. Und es ist höllisch. Auch mir brennt der ganze Mund. Tschüssi und Baba. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Glocke drücken, abonnieren und weiter teilen. Also, wir sehen, Glocke drüben. Tschüssi und Baba. Von. 需. Modios.